Herzlich Willkommen zu uns, liebe Leute, zu Let's Play Go with Kacen. So, dann lasst ihr wieder dabei sein, liebe Leute. Und ja, wir machen einfach mal die nächste Aktivität, ne. Ich fahr mal da rein. In den City-Gedönse. Wo willst du einfach reinfahren? Also, ich hab's schon gesehen, die ersten Part haben so eine große Resonanz angenommen. Finde ich gut. Also, ne, also das Projekt ist ja ganz schön. Und mich erinnert es, das sagt das schon einigermaßen an Wii Sports Resort, so. Bissal, zumindest. Das auch. Aber sie, ja. Hat vielleicht nur ein bisschen fast cooler, weil man hier hat die ganze Insellastung rumfahren. Weil Wii Sports Resort hat nur so die Sportarten. Ja. Das ist ein großer Unterschied aber nur. Findest du Wii Sports Resort cooler oder das? Ja, ähm. Weil wir denken, das ist da mal für Wii erzielen. Ich finde, alles ziemlich geil, aber Resort ist einfach der Klassiker. Ja, das stimmt. Weil, total viele Leute haben nicht auf der Cup, weil das das einfach quasi parallel ist, so wie Sports Resort erzielen ist, auch für die Wii. Weil das damals keine Sau gespielt hat, eigentlich. Ist das? Ja, komm, als ob die mich da runterwirft hier. Gegen der kommst du nicht zum Dings und du wirst vor mir da sein. Ja, ich muss das mal ausrollen. Zack. Ja. Was angenommen. Oh, ich seh's auch hier. Nur sie, ich bin gleich da. Also, komm mal einen Rollenkleiter. Ah ja, das ist ja auch mal interessant. Was, Kleiter? Rollenkleiter hab ich das so sehr, so richtig verstanden. Oder ein Kleiter? Was nochmal machen? LOL. Ich glaube, man muss ja rumskaten, ne? Ja, ja, ich vermute mal mit Skateboard oder mit den Inlineskates. Du mit Inlineskates, nicht mit Skateboard. Aber wir haben uns das. Superfekt. Was sollen wir da jetzt machen genau? FV 1.30 in Ziel kommt, glaube ich, wie da unten steht. FV 1.30, also ja, stimmt. Weiter. Ja, oh, du Scheiße. Wie machst du eigentlich ein cooles Ding Sport und ich hab meine Goldsul? Ich weiß nicht, warum du Skateboard. Ich hab Skateboard ausgewählt bei mir. Bei Rollsul auch Rollsul sind eigentlich auch ganz cool. So total voll klasse ist. So ist das, was schwer. Und ich fall einfach mal runter. Ne, man kann nicht runterfallen. Ich bin voll auch schon zweimal hochgebreitet. Aber das ist witzig, eigentlich nicht, ne? Das ist eigentlich total unnötig, aber... sind wir doch mal ehrlich es ist total unnötig Naja es ist so so ein spaßig so als Aktivität aber ich sehe schon das Ziel aber ich glaube ich nicht ob ich vor Anstrasse ankommen werde jetzt wird zwar nur gelegt andererseits ähm Ziel erreicht ich bekomme es auch in in 1 7 1 8 yeah also immer das bitte so nicht schafften als 30 ist mir auch eine Rätsel echt so also immer es ist ganz dumme anstellt ist vielleicht alles möglich ach er sich du hast später angefangen deswegen bist auch später gekommen erst mal gekommen nuuuuu ach Gott sehr schön ja ich würde nur sagen wir haben es geschafft genau und machen gleich die nächste Sportart ne ja weil es ist ja hier ein Aktivurlaub und kein Entspannen Urlaub Entspannen wir ja noch auf dem Seeresort Mürtenbeer hier in der start ist aktiv urlaub und zum schluss haben wir mal was uns am meisten spars gemacht hat tatsächlich so ich fand es eigentlich tatsächlich geil aber es ist halt einfach finde ich keine sportart alter na gut es gibt halt sachen die mehr sportart sind ich meine truck fahren ist auch nicht so richtig sportart was ist ein fick was du jetzt mit truck fahren alter das haben doch gestern gemacht also im zweiten part das weiß es weil ich den zu editiert habe heute verfahren truck ja die monstert die monstertrucks da sind diese m quads 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 ist wieder was anderes als nein das ist ja das hat was ich gesucht habe ja quads fand es aber geil ich kann hier rum dingsen der quads fand es aber übelgeil auge ich bin jetzt gelegt fast warte fand es aber geil was sollen wir jetzt überhaupt hin ich weiß es nicht ja nix machen wir machen was du erstens wurde fahren wir vorne das bist du jetzt ich habe einen löwe gefunden ich bin hinter dir okay das ist geil geil hier gibt es hotdogs alter ist mir auch runtergefallen ich liege einfach auf dem boden ich warte da mal hier auf dich ey lass uns einen hotdog holen willst du auch eins? warum nicht alter lass dich zu mir erst mal als jedes da hinten rum holen siehst du ja als erstes wir beide einen hotdog macht doch Spaß ne? klar ich würde mal sagen wir sind fertig oder? ich habe fertig gegessen aber dass sie an sowas gedacht haben finde ich eigentlich erst cool zack ich habe schon ausgewählt gut aber was macht der lowe da eigentlich ne? der lowe? der lowe der lowe was muss ich jetzt machen? kisshockey doppelt oh gott ähm bewegen slagen ok heißt man bewegen mit elbe mit autopons slagen in echt mag ich das echt gern aber alter ne ich halt soll abkacken alter ich weiß gar nicht ob die bohlen das bordert haben ich glaube nicht ne? ich weiß es nicht hm wirklich ich glaube leider nicht tatsächlich keine ahnung wo bin ich? ah ich bin hier uuuh das ist mein eigenes tor richtig schön gemacht oh du auch sick boy fuck geht das einfach nur schlecht lol lol wie schlecht wie schlecht ich einfach grad bin wenn ein bot auch nichts macht das langweilt nicht ja ja das halt blöd von mir ja manchmal macht der bot was und manchmal nicht ne? das ist die meiste zeit macht er einfach gar nichts das ist das was mich so abschreibt das ist eigentlich glück eigentlich wo der ball sick du so aufkommt alter uuuh das war richtig knapp man ja leider uuuh okay der war schön ja der war das erste schöne tor das war das erste schöne tor das war das erste schöne tor was wir in dem spiel gemacht haben okay das war dämlich ja moin das war dämlich ich weiß gar nicht wie viel tor musst du machen um zu gewinnen äh ich hab keine ahnung weil ich hab das noch nie im real life 60 gespielt glaub es ja doch im real life habe ich schon gespielt aber alter ups also Mats wer macht da der computer was? Mats war nicht das ist sehr kugelos das nervt ja oh der computer hat grad ein eigenes tor gemacht das ist wie verarschen na hat er bei mir vorne noch alter ups boi aber es geht immer so 5 zu 5 6 zu 5 ja immer so und hier auch jetzt noch Platzpunkt für mich ja jetzt konntest du theoretisch wirklich gewinnen ja ne jetzt gehts jetzt gehts um die wurst ne ne oder? was normalerweise gehts jetzt eigentlich einen weiter und dann wieder Matchpunkt egal ja Trend ist gewonnen lell du hast gewonnen aber knapp ist Mats gut gemacht okay nochmal oder? ja ich würd fast den nächsten Punkt dann machen oder? mir egal ja ich würd den nächsten machen so können alle noch ein bisschen bekommen alter ein so verschissenes tor ja freu mich mal vorne scheiße ja aber manchmal hat der computer mitgemacht manchmal auch nicht das war so komisch ne hast du noch was war? ne ich glaub nicht also wir haben fast alles aufgefordert dadurch dass julien noch kam unerwartet ja ich würd's ja Popcorn machen kannst du später mal Popcorn machen ja das kann ich vielleicht auch tatsächlich ja das kann ich vielleicht auch tatsächlich so da haben wir fast noch nicht Doppel oh Gott ich geh irgendwie irgendwas mit Ballon habe ich grad gelesen du willst du skateboarden? ja ich will skateboarden? nein yeah Gesundheit dacke ah wir müssen hier ist relativ in der Nähe sogar AUSCH aber da geht's nicht lang aber dieser Löwe ey was macht denn der da? ich hab kein was zu lol schau mal fahr mal ein bisschen rum aber ist eigentlich auch ganz nice hier ne so das find ich das richtige Urlaubsstimmung hier oh alter mit nem Palm hier das ist geil das ist geil gemacht hier muss ich sagen das gefällt mir mit der Bahn kann man da rumfahren das ist gut oh ich hab's gefunden das ist gut gemacht zack boing glashafen ok da bittung ahja oh cool wir müssen mit Bern spielen was müssen wir dann lieber machen zl zr glas spielen und zl ich glaub du musst irgendwie den Turnzor halten oder so ach ich hasse diese Scheiße warum müssen wir das machen ja sagen wir uns das mal an vielleicht ist das scheiße ich hab außerdem noch viel gedrückt sorry sehr gut gemacht ich weiß das war jetzt nicht mit Absicht 2 aus versehen macht nix ich hab wieder viel gedrückt was mich war ja ich hab dieses ab-problem immer noch ich weiß das kotzt echt an alter bei mir ist das nur andersrum mir ist das auf der xbox so das ist irre ne das ist einfach Toast na dann bin ich mal andersrum wie das funktioniert ich hab dir mal ersten Runde wäre zu verkacken wir werden so rein scheißen alter was 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 ich bin zwei nein ich bin zwei ich bin zwei nur drei die erste sein dass der Everest exce glaube es was du bist dran ach das steht immer erstmal drücken muss oder wie da steht da drücken muss ja also ich hör auch was über die Kopfhörer aber später dann oh gott hab ich grad verkackt wie scheiße hört sichs an sag mal ja schwul kannst du das bitte anhören ohja will ja auch jeder hören die linke war richtig gut alter wir haben so richtig hart verschissen ja es hat alles doch links ja du musst aber perfekt in das es drin ist musst du treffen Fehler mach ich auch immer wieder zu dem her bist nicht der einzigste ja du wirst du jetzt nicht ganz wenn du was von ja ist halt wirklich so ja es hat mal Fehler gemacht ich glaub so viel Männer lächert auch richtig behindert schau's dir an ja ist sie oh schau mal es hat 1650 von 1880 Christel ich hab 3540 richtig auch gut besser ja abisi hm also war doch gar nicht mal so schlimm geht eigentlich ja aber was was haben wir jetzt eigentlich grad zur Hölle gemacht wir haben auch Gläser rumgespielt wohl eher wir haben mit Gläser rumgespielt oh gott sehr schön okay ich bin raus drück mal A 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 ich glaub dass hier das einmal anzeigen ist reicht ne Skateboard oder würdest du es wechseln? nö ich glaub Skateboard so leute so leute das war's auch glaube ich dazu über den Part weil wir haben unsere drei Sportarten gemacht ich hab drei pro Part ist ja ganz in Ordnung ne ja waren da drei jetzt oder? haben wir zwei gemacht? ja wir haben drei oder? was haben wir heute eigentlich gemacht in dem Part? ich glaub wir haben nur drei äh zwei gemacht wir haben das mit dem Wasserdings gemacht also mit dem warte mal war das mit dem ähm war das mit dem ähm ne wir haben das mit dem ähm zuerst diese Inland Skates auf diesem mit dem Inland Skaten wo wir da diesen Parcours machen mussten in der Luft war Nummer eins oh ich hab's gefunden perfekt Nummer zwei noch nichts machen bitte Nummer zwei war ähm Nummer zwei war doch das mit dem Flipper und Nummer drei war das jetzt also hat er mit drei gemacht ja stimmt und mit dem was Chris grad gefunden hat starten im nächsten Part überfahren noch mal ein paar Leute ich fahr jetzt schon im Kreis und ich sag macht's gut Leute bis zum nächsten Mal und ciao!